Machen wir mal da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das ist also wieder von ChirpStack die WebUI. Da hatten wir uns mal einen groben Überblick schon verschafft. Jetzt wollen wir ein Gateway hinzufügen, eine Application erzeugen und ein Device zu der Application hinzufügen. Fangen wir mal an mit dem Gateway. Das gehört hier zum Tenant. Dann gehen wir hier in Gateways, Add Gateway. Mein Gateway zum Beispiel. Könnt ihr auch eine Beschreibung hinzufügen. Das einzig Wichtige hier drin ist jetzt die Gateway-ID. EUI 6.4. Wo kriegt ihr die her? Ich zeige das jetzt mal für ein Mikrotik-Gerät. Da habt ihr hier also in dem Lora-Reiter von eurem Mikrotik-Lora-Gateway in Devices ist hier die Gateway-ID. Ich kopiere die mal, die kann man ändern. Das ist hier nur ein Labor. Also ich füge das hier hinzu. Dann ist hier unten der Knopf Submit. Gateway Created. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder in Gateways reingehe, ist es da. Aber es wurde noch nie gesehen. Dafür müssen wir jetzt dem Gateway sagen, dass es auf diesen Server connecten soll. Ich kopiere mir jetzt mal hier meine lokale IP-Adresse. Die 100.215. Ich lege einen. Hier kann ich mit Cancel erstmal rausgehen. Im Reiter Servers sind meine ganzen Server. Da sind ein paar vorgefertigte. Ein paar habe ich hinzugefügt. Das ist immer auf Port 1700. Also mache ich Add New. Name. Ich benenne den genauso wie die Adresse. Das ist die IP-Adresse hier. Ab Port 1700. Downport 1700. Apply. Jetzt ist der in der Liste drin. Ich gehe wieder zurück auf den ersten Reiter Devices. Sehe hier mein Lora-Device. Muss das einmal abschalten. Und dann kann ich hier einen neuen Netzwerkserver hinzufügen. Die 215 ist genau richtig. Ich will jetzt allerdings, ich mache mal den TheThings Network hier gerade raus. Ich mache jetzt nur meinen Netzwerkserver. Ihr könntet Paralleldaten auch an einen zweiten schicken. Die Reihenfolge spielt hier, glaube ich, schon eine Rolle. Machen wir es mal so. Okay, also erst an unseren lokalen Server schicken. Dann an TheThings Network. Apply. Und jetzt schalten wir das Interface wieder an. Apply. Und gucken wir rein. Einerseits hier in den Traffic. Und andererseits gucken wir jetzt hier wieder auf die Webseite von Chubstack. Neverseen steht hier nach wie vor. Ich refreshe das einmal. Oder ich gehe nochmal auf Gateways. Kommt noch nicht. Dauert vielleicht einen Augenblick. Online. Okay, hat ein bisschen gedauert. Ich muss auch nochmal refreshen. Jetzt sehen wir hier in der Übersicht der Gateways, mein Gateway, was ich hinzugefügt habe, ist online. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich mache mal weiter erstmal mit dem Device Profile. Damit wir das nicht vergessen. Ich lege ja ein neues an. Wir hatten letztes Mal hier schon mein Device gesagt. Ich mache jetzt mal ein neues. Add Device Profile. Ja, könnte jetzt hier noch irgendwas hinzufügen. Ist mir egal. Das lasse ich alles standardmäßig mit den Default-Werten bestehen. Drücke auf Submit. Jetzt gehe ich nochmal rein in Temperatur. Und möchte mir jetzt hier bei Codec einen auswählen. Ich möchte jetzt hier keinen JavaScript schreiben, sondern ich nehme einfach Cayenne LPP. Meine Geräte benutzen das eigentlich immer. Submit. Okay, das kann ich dann gleich auswählen. Ich gucke mal, ob ich dieses alte hier löschen kann vom letzten Mal. Okay, muss ich jetzt nochmal sagen, mein Device. Zack, so löscht man ein Profil. Jetzt habe ich also nur noch Temperatur. Das Device Profil Temperatur hier drin. Okay, machen wir weiter mit einer Application. Da hatten wir letztes Mal schon mein App gemacht. Machen wir eine neue. So, Temperatur App. Submit. Jetzt sind wir in der App drin, in dieser Temperatur App. Und jetzt können wir Devices hinzufügen. Add Device. Temperatursensor 1 oder sowas. Beschreibung brauche ich jetzt nicht. Und jetzt brauche ich vom Gerät... Gut, das Profil ist einfach. Das ist hier das, was wir gerade angelegt haben. Aber die Device EOE, die müsst ihr jetzt ablesen von eurem Gerät. Oder ihr habt sie in eurem Quellcode. Findet die. Kopiere ich mir rüber. So, zack. Da ist sie. Und dann mache ich Submit. Okay, und jetzt brauchen wir noch einen Application Key. Der steht hoffentlich auch irgendwo bei euch auf dem Gerät drauf. Oder ihr habt ihn in eurem Source Code drin. Paste ich hier rein. MSP, wunderbar. Submit. Und jetzt gebe ich der Sache mal Strom meinem Temperaturfühler. Seht ihr jetzt nicht. Einfach mal USB ein. Und irgendwann wird das Gateway hoffentlich ein paar Pakete hier empfangen. Gucken wir mal rein. Traffic. Join Request. Aha. Join Accept. Könnte sein, dass es das schon ist oder auch noch nicht. Es sind ja ein paar Lora-Warn-Geräte hier bei mir auf dem Grundstück. Vielleicht ist es schon da. Wir gucken mal rein. Ich gehe mal hier in Application rein. In Temperatur-App. Last Scene. Aha. Das sieht doch ganz gut aus. Klicke ich mal hier drauf auf das Gerät. Dann gehe ich mal auf Events. Und da sehe ich tatsächlich auch, dass hier Pakete reinkommen. Ah, hier haben wir Daten. Hier ist Data. Genau. Wir haben hier den Presence Sensor. Den benutze ich gar nicht. Aber die Temperatur vor allem. Temperature Sensor. 24,3. Das ist die Temperatur in Grad Celsius, die ich übermittle und mit ein paar Cayenne kodiert habe. Und durch das Device Profile wird dieses Cayenne LPP wieder dekodiert. Und deswegen sehe ich das jetzt hier in meiner Payload. Damit sind wir bestens vorbereitet, um jetzt die Daten abzurufen. Wie das geht, schauen wir uns im nächsten Video an. Dafür benutzen wir MQTT. Bis zum nächsten Mal.